Ein ganz kurzes Frage-Antwort-Fragen-Antwort-Video, denn ich habe ja unter dem Hashtag FragRay gesagt, dass ihr mir bitte Fragen stellen könnt, sollt, tun sollt, bitte. Die erste Frage kommt von KingRub. Wann kommt die nächste Buchlese-Vorstellung? Die nächste Buchlese-Vorstellung kommt in den nächsten drei, vier Tagen. Die nächste Frage kommt von OOOOutfit. Wie alt bist du? Ich bin nadenlose 16 Jahre alt und seit dem 30.09.2003 auf der Welt. Pytilo fragt, magst du Katzen? Ich mag Katzen über alles. Dolola fragt, welche Klasse bist du? Ich bin in der 9. Pytilo fragt, Geld oder Liebe? Im Moment entscheide ich mich eher fürs Geld, weil Lieben tue ich sowieso nicht. OOOOutfit fragt, welche Augenfarbe hast du? Da seht ihr es. Schwarz? Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dunkel, Haselnuss, Braun, keine Ahnung. KönigS.J fragt, wie alt bist du? Ich bin immer noch gnadenlose 16 Jahre alt und seit dem 30.09.2003 auf der Welt. Und TheBlueYellowGamer fragt, was ist dein Lieblingstier? Ich antworte gnadenlos die Katze, denn die Katze ist süß und knüffig. Und süß und knüffig und süß und knüffig und süß und knüffig und süß und knüffig und... Ähm, ein fiktiven Wesen wäre es der Phönix. Ciao. Ciao. Ciao.